Kurz zu mir, ich bin der Andreas Vollmer, bin Geschäftsführer, wie gesagt, einer App-Agentur aus Stuttgart und möchte einfach die Idee Bahn-Sharing so ein bisschen hier eigentlich auch im größeren Umfeld das erste Mal präsentieren und so ein bisschen auch die Idee erläutern, wie es dazu kam, wie eigentlich die Entwicklung stattgefunden hat und wie das Thema schon sagt, Bahn-Sharing, wie so oft, jede App beginnt mit einer Idee oder mit einem Problem im Endeffekt Ich hatte das Problem, ich bin geboren in Dresden, meine Eltern waren in Dresden, ich hatte einen Termin in Dresden und mein Vater fährt ziemlich ungern Auto, das heißt er wollte, dass ich das Auto zurückfahre, also war die Frage, okay, wie komme ich einfach nach Dresden? Das war relativ kurzfristig und es gab natürlich die verschiedensten Wege Der erste natürliche Weg ist Flugzeug, war einfach zu teuer, ist auch nicht so mein Ding, einchecken, auschecken Dann habe ich mir überlegt, okay, Mitfahrgelegenheit, ich bin jemand, der natürlich mobil unterwegs ist, das heißt auch extrem viele Sachen mobil ausprobiert, das heißt, ich benutze auch gelegentlich Mitfahrgelegenheit Ich musste aber dann dort immer die Erfahrung machen, dass es, ja, es muss einem zu einem passen Man lernt neue Leute kennen, man muss sich mit den Leuten unterhalten, man kennt das Auto nicht Man weiß nicht, wie viel Gepäck man mitnehmen muss, ich weiß nicht, wie viele Raucherpausen stattfinden werden Alles Probleme, die mich sozusagen eigentlich ein Stück belastet haben Dann habe ich gedacht, okay, ICE fahren, ICE war auch irgendwie nicht so die Motivation groß Habe ich gedacht, okay, was mache ich jetzt? Busfahren war natürlich auch eine Option, gab aber leider keine Strecke Also habe ich mich durch die Mitfahrgelegenheitsportale gewühlt Und habe dann eine junge Dame gefunden, die ein Gruppenticket angeboten hat Ich hatte noch nie von einem Gruppenticket vorher gehört Habe die junge Dame dann im Endeffekt angerufen Wir haben uns auf dem Bahnsteig getroffen Waren noch drei Leute dabei Und wir sind im Endeffekt nach Dresden gefahren Zu einer ziemlich annehmbaren Zeit Das heißt in siebeneinhalb Stunden mit vier Personen zu einem Preis von 15,50 Euro Und ich dachte, okay, bin in Dresden angekommen Habe im Endeffekt meinem Partner davon erzählt Habe gesagt, du, ich bin soeben extrem günstig und extrem gut nach Dresden gefahren Und es gibt diese Gruppentickets Und am gleichen Abend haben wir überlegt, okay, ist ja eigentlich ein gutes Geschäftsmodell Haben ein bisschen recherchiert Am gleichen Abend im Endeffekt auch die Bahnsharing.de und die Bahnsharing.com gekauft Die auch beide frei waren Wo ich gedacht habe, okay Es gibt also irgendwie jemand, der sich noch nicht so viele Gedanken darüber gemacht hat Also haben wir am gleichen Abend die Domains gesichert Haben ein Businessmodell gemacht Und haben angefangen im Endeffekt das Thema Gruppentickets der Deutschen Bahn zu beagern Es gibt da im Endeffekt so die zwei Großen Das ist einmal das Quer-durchs-Land-Ticket Und einmal das Wochenend-Ticket Das heißt, man kann bis zu fünf Personen mitnehmen Und teilt sich dann im Endeffekt den Preis Also im Endeffekt genau diese Mobility-Share-Gedanke Der ja momentan auch in aller Munde im Endeffekt ist Dann habe ich ein bisschen rumgesurft Bis mir aufgefallen, okay, die Bahn bewirbt sogar diese Tickets Aber trotzdem finde ich, habe ich immer das Problem, andere Mitfahrer zu finden Außerdem gibt es natürlich extrem viele positive Argumente für die Bahn Die einfach auch so nicht wegzudiskutieren sind Hier sind ein paar aufgeführt Das heißt, man steht natürlich nicht im Stau Weil ein Flixbus, der steht trotzdem im Stau Es ist umweltfreundlicher Es ist natürlich extrem komfortabel Ich habe eine Toilette Ich kann essen Ich kann mich mit den Leuten unterhalten Ich kann mich in der Reihe weiter wegsitzen, wenn ich möchte Ich kann schlafen, Musik hören Also ein extrem bequemes Reisen Natürlich immer noch, die Deutsche Bahn Dann natürlich, es gibt extrem viele Haltemöglichkeiten in Deutschland Das heißt, ich bin nicht gezwungen, an irgendeinen Platz zu gehen Und dann nochmal mit einem anderen Fortbewegungsmittel zu fahren Sondern kann direkt zu meinem Zielort eigentlich hinfahren Und sie fahren natürlich regelmäßig Was natürlich Busse auch schon tun Aber nicht in dieser Frequenz, wie es eigentlich die Deutsche Bahn tut Dann natürlich das Thema Sightseeing Finde ich immer noch spannend Weil auch in der Deutschen Bahn lernt man neue Orte in Deutschland kennen Die man so noch nicht gesehen hat Was natürlich auf der Autobahn schwieriger ist Und ja, auch das Thema, wie gesagt Wenn man Leute, neue Leute kennenlernen möchte Könnte man das auch während der Bahnfahren tun Also wir haben auch den Gedanken im Endeffekt schon so weitergespielt Dass man theoretisch ja auch einzelne Gruppen machen könnte Das heißt, ich könnte ja zum Beispiel Leute sozusagen Ich könnte sagen, ich möchte gerne neue Mädels kennenlernen Ganz profanes Thema Frauen möchten gerne Männer kennenlernen Im Endeffekt könnte man das Matching so weit treiben Dass man im Endeffekt die einzelnen Zielgruppen noch enger zusammenbringt Und man hat ja eine gemeinsame Reisezeit Und lernt sich dann im Endeffekt auch unterbewusst kennen Das würde natürlich auch mit Entwicklern funktionieren Also Nerds oder Leute, die geschäftlich unterwegs sind Also auf verschiedenen Gruppen Auf jeden Fall ist es extrem günstig Und es wird relativ schlecht umgesetzt bisher Wir haben uns dann so ein bisschen die Apps angeguckt BlaBlaCar ist so eine der In Anführungsstrichen Marktführer Die dieses Thema Bahnsharing am meisten beackern Wo auch die meisten Nutzer sind Die im Endeffekt diese Gruppentickets da anbieten Die App Ich sag's mal freundlich Ist ausbaufähig Genauso wie beim Thema Mitfahrgelegenheit Da sieht man dann auch Dass dann hier im Endeffekt Es ist einfach nur so ein Schieber Den man dann wählen kann Also relativ unprofan Also gar kein Fokus drauf Und wie so Ja, eigentlich ist es so ein extrem mobiles Thema Weil man kennt das ja auch von Bahnhöfen Man wird von anderen Leuten angesprochen Wenn man ein Ticket kauft Die auch irgendwo hinfahren möchten Und sagen Hey, möchtest du nicht mit meinem Ticket irgendwo hinfahren? Aber es gab im Endeffekt keine Lösung für dieses Problem Wir haben uns dann im Endeffekt Diesem ganzen Thema so ein bisschen angenommen Und es gibt so ein paar Fakten Die halt nicht so wegzudiskutieren sind Das heißt, täglich fahren 60.000 Menschen mit diesen Gruppentickets Und nur ca. 20% dieser Menschen Die diese Gruppentickets nutzen Nutzen diese volle Ersparnis Das heißt, ich habe ein Potenzial von 80% der Leuten Tag täglich vor allem Die diese Gruppentickets nutzen Das Geschäftsmodell wahrscheinlich der Deutschen Bahn Sieht natürlich nicht vor, dass man diese Gruppentickets ausreizt Sondern die kalkulieren wahrscheinlich damit Dass man genau so eigentlich diese bestehende Möglichkeit Relativ schlecht ausnutzt Also haben wir angefangen Eine App zu gestalten Das war im Endeffekt so das erste Mockup Ich hatte mit meinem Designer gesprochen Ich hatte es geskribbelt Ich habe es ihm rübergeschickt Ein paar Stunden später kam so das erste Mockup So wie wir es nennen eigentlich zurück Und wir so, ja, das sieht eigentlich relativ schön aus Wir haben es natürlich auch ein bisschen So im Thema Deutsche Bahn Den Farben so ein bisschen gehalten Und das waren dann sozusagen eigentlich Die fortgeschritteneren Mockups Wie gesagt, die Mockups sind im Endeffekt Nichts anderes als um sich einfach mal vorzustellen Wie so eine App aussehen könnte Wir haben hier versucht Das Thema spontan sozusagen Mitfahrer zu suchen Genauso wie Suchende und Anbietende im Endeffekt zusammenzubringen Das heißt, ich kann eine Fahrt, eine Zugfahrt eintragen Und wir crawlen dann im Endeffekt die mobile Seite der Deutschen Bahn Und bieten dann im Gegenzug diese Fahrt dann auf dieser Plattform an Und andere Leute können sich dann sozusagen an diese Fahrten anschließen Die zweite Runde war dann So sehen dann im Endeffekt die klassischen Wireframes aus Das heißt, man arbeitet dann weiter Überlegt sich, wie kann die App aussehen Versucht sozusagen die Features zu definieren Das ganze Projekt ist im Endeffekt aus Eigeninitiative entstanden Das heißt, wir machen das einfach nur nebenher Ich arbeite auch so ganz normal noch weiter Auch der Designer macht das nebenher Auch der Entwickler macht das nebenher Das heißt, von der ersten Idee Wie gesagt, im Mai bin ich gefahren Heute ist der Oktober Da zeige ich aber gleich nochmal ein paar Screenshots Das waren sozusagen die ersten Entwürfe für die Logos Man sieht ja schon eigentlich, welches es auch geworden ist Aber ich will einfach nochmal darstellen Auch wie eigentlich so eine Entwicklung Zumindest mal aus unserer Sicht Im professionelleren Umfeld eigentlich funktioniert Und dass es nicht so einfach ist, wie man sich das immer vorstellt Sondern es ist eigentlich schon ein sehr, sehr langer Prozess Und der sich immer sehr, sehr hart anfühlt Vor allem die ersten 90% sind relativ einfach Und die letzten 10% sind eigentlich gefühlt nochmal 100% Und das ist im Endeffekt so das Endprodukt geworden Das heißt, wir haben so eine Navigation Im Endeffekt ein Stück weit auch kopiert Von Moogle, weil wir das einfach extrem gut und gelungen finden Und es auch Spaß macht, das Ding zu nutzen Der Nutzer lockt sich ein Hat ein eigenes Profil Warum ein eigenes Profil? Ein eigenes Profil im Endeffekt dafür Dass man auch sicherstellen kann Dass man sozusagen die Qualität hoch hält Und nicht irgendwie Leute da mit Unsinn treiben Und das sind im Endeffekt sozusagen die finalen Screenshots Die aus dieser ganzen Entwicklung dann entstanden sind Das war dann im September Und ja, da sind wir eigentlich jetzt gewesen Die gingen dann sozusagen an den Entwickler Und der hat dann im Endeffekt die App programmiert Also ich kann nochmal ein bisschen was vielleicht sagen zu der Funktion Im Endeffekt kann jeder, der ein Ticket anbietet Sozusagen nach einer Fahrt suchen Wir suchen im Endeffekt live auf der mobilen Seite der Deutschen Bahn Und bieten dann direkt diese Züge auch an Das heißt, ich locke dann diesen Zug direkt ein Sage, ich fahre mit 5 Leuten Und biete denen dann im Endeffekt meinen potenziellen Mitfahrern an Und der Suchende kann im Endeffekt suchen von A nach B Und sieht dann im Endeffekt auch umkreis natürlich Welche Fahrten denn verfügbar sind Wie gesagt, das Ganze haben wir in HTML5 umgesetzt Als Web-App, weil es im Endeffekt die kostengünstigste Version war Schnell eine Version zu haben, die gleichzeitig im Web Also auf der mobilen Seite läuft Die aber auch gleichzeitig in Apps funktioniert Für iOS und Android Ich würde gerne sagen, so wie der Tim Cook es am Dienstag gesagt hat Available today Leider kann ich es nicht sagen Ich muss es wie das iPad Mini Retina sagen Available sometime im November Und ja, da sind wir Das war's Und Fragen sind natürlich gerne willkommen Applaus 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 Vielen Dank.